ARD Text im Auftrag von Funk Sag ich mal, was stinkt? Da stinkt es doch! Ist du eine Katze verreckt, oder? Rührst du das nicht? Da stinkt es doch! So ein Bärmlich! Sag ich mal, hast du jetzt den Scheiß lassen, oder? Hahaha! Ja, ja, Pfeile! Oder meinst du, dass ich... Oder meinst du, dass ich... Ja, okay. Mach gleich, oder? Sag ich mal, was stinkt denn das? Das ist immer so ein Bärmlich! Das ist ja da schon eine Katze verreckt! Sag mal du, was du jetzt den Scheiß lassen, oder? Das ist immer so ein Bärmlich! 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 Egal, wass mediert, was ich jetzt hab, das? Ach du, meinst du? Wies... Wies... Wies, 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 wies... Was stinkt denn jetzt da vor mir so? Saga, ich tue eine Katzverräterin. Du tust das nicht? Nein. Sag mal, was tust du zur Scheiß lassen? Na? Geh, geh doch mal an. Ja, Freilich! Und du meinst, du tust die Häuser? Was denn los heute? So, jetzt zum Beispiel. So, um mal ernst zu bleiben. So. So, jetzt. Was stinkt denn da jetzt vor mir so? Du tust das nicht? Boah, auch so ein bärmlich Stinger. Der Katzverräterin. Sag mal, was du jetzt vielleicht an Scheiß lassen? Ja, Freilich! Oder meinst du, dass ich auch immer so stink? das ist eine schöne Tende Zelle. Das ist der Schritt nicht. Aber das ist ein bisschen schockt! Ja, ich weiß es nicht.